Hörst du mich, Jörg? Ja? Wirklich, da im oberen Teil und einfach Pfeilhangen war das nicht besonders gut, gell? Wir sind einfach viel zu weit hinten und wirklich nur hinten auf der Ferse. So, dass du dich ein bisschen auszubeweigst. Hallo! Hörst du? So. Anni weg. Jetzt mach ich noch eine Fahrt Hangbefahren mit meinem Rennski für morgen. Und dann fahren wir wieder ins Hotel. Wir ruhen uns ein bisschen aus und machen noch ein bisschen Conditraining. Und tun uns auf morgen vorbereiten. Genau.